Prayer Session, Prayer, Worship, Community Ja, danke Michael. Moin zusammen, euch allen. Die meisten kennen mich ja. Gese oder Daniel, ist eigentlich egal. Ja, ihr werdet euch fragen, warum ich heute nicht real life da bin. Bei mir gab es einen Trauerfall in der Familie und deshalb kann ich heute leider nicht bei euch da sein. Ich finde es sehr schade, weil ich nach so langer Zeit gerne mal wieder in der Prayer Session auch in real life zugegen gewesen wäre. Jetzt ist es so und jetzt machen wir das Beste draus. Schön, dass ihr alle heute hier seid zur Prayer Session und ich darf heute mit dem Thema neues Leben zu euch sprechen. Bevor ich ins Thema direkt einsteige, möchte ich erst so ein bisschen was aus meinem Leben erzählen, was ich dann nachher mit dem Thema verbinde und was dann die Message auch heute Abend für euch ist. Bei mir ist es so, wenn ich die Worte neues Leben höre, kommt bei mir sofort neue Herausforderungen, Veränderungen und das sind Dinge, die ich die letzten paar Jahre, drei, vier Jahre ganz stark erfahren habe. Ich habe 2016 meine Erzieherausbildung abgeschlossen, bin dann ein Jahr zum Arbeiten gegangen und in diesem Jahr dachte ich eigentlich so, ja, ich arbeite da in Biberach noch fünf weitere Jahre. Und nach dem halben Jahr kam irgendwann so in mir, ich möchte noch ein bisschen mehr so, ja, mein Glaube in meinen Beruf einbinden. Und da an meiner Stelle, als ich hier war, war das zwar möglich, aber nicht so, wie ich mir das gedacht habe oder vorgestellt hatte. Und habe dann so mit Jesus gerungen und mit Jesus gesprochen und nach einer geraumen Zeit hat er dann gemeint, ja, Daniel, du gehst nach Freiburg zum Studieren. Ich studieren geht ja eigentlich gar nicht. Ich bin ja sowas von eine, so ein lernfauler Mensch. Also ich war so froh, nach der Erzieherausbildung fertig zu sein, weil ich, ja, Lernen ist einfach nicht mein Ding. Und bin dann nach Freiburg gegangen zum Studieren, angewandte Theologie und Religionspädagogik, um einfach mehr über Jesus zu erfahren, mehr Wissen, aber auch nochmal im Glauben zu wachsen. Und ich sage euch eins, diese sechs Semester waren für mich nur Kampf. Nach jedem Semester habe ich gesagt zu meinen Eltern, zu meiner Schwester, ich höre auf, ich breche das ab, das hat keinen Wert. Studieren ist scheiße. Und was soll ich eigentlich, was bringt mir das? Dann war es so, ich habe es trotzdem durchgezogen. Im sechsten Semester habe ich mich dann beworben fürs Erzbistum Hamburg. Habe gesagt, ja, ich muss was Neues machen. Ich brauche irgendwie eine Veränderung auch in meinem Leben. Ich möchte raus so aus dem Schwabeländle und einfach auch mal, ja, einem anderen Menschenschlag begegnen. Und Hamburg ist ja, zum Vergleich zu Schimmerhofen. Ich weiß nicht, wie viel Einmal man Schimmerhofen hat, so 3.000, 4.000. Hamburg hat 1,8 Millionen, zwei größte Stadtdeutschland. Also es ist schon was anderes. Und habe ich im Mai beworben. Und es war so krass. Ich war im Mai mit Studientagebuch, musste ich noch schreiben. Ich hatte noch zwei oder drei Hausarbeiten, die noch nicht fertig waren. Und habe mich beworben in Hamburg. Habe dann eine Zusage bekommen, obwohl die nicht mal wussten, ob ich dieses Studium bis Juli 2020 abschließe. Und für mich war dann so, wow, ja, Hamburg. Ich gehe jetzt nach Hamburg. Ich war motiviert. Habe meine Sachen auf den letzten Drücker, auch die Abschlussarbeit, auf den letzten Drücker abgegeben. Habe das Studium, ja, eingermaßen gut abgeschlossen, sagen wir mal. Und habe dann so eine kürze Zeit nach dem Studium die Möglichkeit gehabt, auch das nochmal zu reflektieren. Und für mich war ganz klar, dieses Studium war nicht dazu da, mir Wissen anzueignen, dass ich Theologe jetzt bin oder das ist für mich nicht das, was ich gelernt habe. Und das war auch für mich nicht das, was Jesus von mir wollte mit diesen drei Jahren in Freiburg. Er wollte von mir, dass ich in tiefe Beziehungen mit Menschen komme. Dass wirklich, ich habe Menschen gefunden, Freunde gefunden, zu denen ich wirklich sagen kann, ich liebe dich als mein Freund. Und für mich das Normalste ist. Und ich das vorher gar nicht so krass kannte, dass ich zu einem anderen Mann sage, hey, ich liebe dich so, wie du bist. Du bist so ein guter Freund. Und dass ich so einfach so, ja, wie ich gesagt habe, so tiefe, innige und vor allem liebende Beziehungen gefunden habe. Und das war das, was Jesus mir eigentlich mit diesen drei Jahren sagen wollte. Ich habe ganz viel über Jesus gelernt, ganz viel über Gott gelernt. Ich habe mir ganz viel Wissen angeeignet, bin ganz froh darüber. Aber das, was eigentlich der Sinn dahinter war, habe ich erst im Nachhinein erkannt. Obwohl dieser Weg die ganze Zeit, boah, dieses Studium, ja. Und genau, jetzt bin ich eben in Hamburg und ich dachte, ich komme nach Hamburg und gehe nach Kiel. Ich habe mich beworben, dass ich auf eine Stelle in Kiel, weil ich wollte da arbeiten, wo andere Urlaub machen. An der Ostsee, ja, am Kutterhafen. Und leider ist daraus nichts geworden. Ich habe dann die Nachricht bekommen, nach der Zusage, dass ich in Hamburg arbeiten werde. Und ich dachte so, was? Das war schon damals so schlimm, vom Dorf in die Stadt nach Freiburg und jetzt in eine noch größere Stadt zu gehen, war so, hm, Herr, was willst du eigentlich von mir da? Und ich war in der ersten Woche, also bevor ich die erste Woche angefangen habe, August, bin ich umgezogen und hatte so ein Gefühl, ich kannte meine Mentorin noch nicht persönlich, nur durchs Telefonat und auch die ganzen Kollegen und Kollegen noch nicht und war so, hm, wird das was? Und es war dann wirklich so, dass mir Menschen begegnet sind, die mich nicht mal wirklich kannten, die mir gesagt haben, schon am ersten Tag war Dienstsitz und es hieß dann so, Daniel, es ist ein Wunder, dass du da bist. Du bist ein Wunder für diese Pfarrei, ein Geschenk für diese Pfarrei. Und ich dachte so, wow, okay, mal ganz langsam, ja, ihr kennt mich doch gar nicht, ja. Und gleich so, ja, du bist auch die Zukunft und wir bauen auf dich. Und ich so, ja, jetzt wartet mal ab, wenn ihr mich kennt, vielleicht sagt ihr was anderes. Aber das war so, ich habe gemerkt, okay, ich bin doch richtig hier. Es war ja nicht meine Entscheidung nach, an diese Stelle zu kommen, sondern ich glaube da fest dran, dass Gott da seine Finger im Spiel hatte, dass es eben nicht Kiel wurde, sondern Hamburg. Und da kommt noch eine Person hinzu, eine Kollegin, die dann eine Woche drauf hat, hat wir ein Gespräch und sie meinte so zu mir, ey Daniel, ich kenne dich voll gut, ich weiß alles über dich so gefühlt, ja. Und ich dachte so, hä, wir haben doch erst letztens kurz miteinander gesprochen. Und sie meinte so, ja, ich habe einfach mal gegoogelt, deinen Namen angegeben und dann habe ich gefunden, ja, Prior Session, Schimmerhofen, hier, liebe deine Nächsten und dich selbst und so. Und sie so, ja, ich glaube voll, das ist geistgeführt, dass du hier bist, das ist wirklich Gottes Wille, dass du jetzt hier in unserer Pfarrei deine drei Jahre Berufsanführung machen darfst. Und ich war so richtig geflasht von ihr, so richtig geehrt worden, ohne dass wir uns groß kannten. Und wie gesagt, das ist für mich so, ja, diese Schritte, die ich gemacht habe, ich wusste nie so richtig, hör, was willst du eigentlich von mir? So ein bisschen auf Schwäbisch. Ja, was willst du eigentlich? Was soll das eigentlich? Und habe dann zum Beispiel nach Freiburg nach einer längeren Zeit, da hat es drei Jahre gebraucht, aber jetzt nach zwei Wochen in Hamburg schon reflektiert und auch für mich im Herzen reflektiert, ja, ey, Gott wollte das so. Du gehst auch Gottes Weg. Und das Thema ist heute eben neues Leben. Und für mich ist es so, jeden Tag, den wir neu aufstehen, jeden Morgen beginnt für mich neues Leben. Das heißt, jeden Tag treffen wir wieder neue Entscheidungen, neu aus dem Bett aufzustehen, neu die Zähne zu putzen. Ich hoffe, ihr putzt alle eure Zähne. Drei Minuten, sagt man ja. Ja, und dieser Tag, du weißt ja nicht, was dieser Tag bringt. Und für mich hat das so was von, ja, ich werde an diesem Tag nochmal neu lebendig, wieder ein neuer Mensch. Ich weiß nicht, welche Erlebnisse ich an diesem Tag habe, welche Begegnungen ich an diesem Tag habe. Ich kann mir das alles planen in meinem Kopf und vorstellen. Ich habe morgen den Termin mit einer Freundin, wir gehen Kaffee trinken. Aber wie das wird, das wissen wir ja nicht. Wir können das noch so planen und erträumen. Aber wie es dann wirklich ist, wissen wir erst, wenn es soweit ist. Kein Tag ist wie der andere. Denn Gott schenkt dir jeden Tag neues Leben. Und ich habe schon gesagt, dass wir jeden Tag mit diesem neuen Leben Entscheidungen treffen. Und wir treffen hunderte, manche sagen auch tausende Entscheidungen jeden Tag. Du triffst die Entscheidung beim Autofahren jetzt in den fünften Gang zu schalten. Du triffst die Entscheidung, anstatt einem Milchbrötchen ein Nusshörnchen dir zu kaufen. Oder du kaufst dir kein Nusshörnchen, weil du eine Nussallergie hast und kaufst dir eine Plundertasche mit Vanillepudding drin. Ist ja auch lecker. Und das sind so Entscheidungen, die wir auch manchmal bewusst treffen. Aber gerade so diese strukturierte Entscheidung, die wir Tag für Tag machen, in unserem Tagesablauf, ganz oft unbewusst. Also ich stehe morgens eigentlich schon unbewusst auf. Ja, der Wecker klingelt, aber es ist so eigentlich gang und gäbe. Ich denke da nicht groß drüber nach. Und ich denke, bei vielen von euch wird das nicht anders gehen. Aber es gibt Entscheidungen in eurem Leben, die ihr bewusst trefft. Und für mich sind es immer diese Entscheidungen auch, die vor allem lebensverändernd sind. Für mich waren es die Sachen mit Freiburg und Hamburg. Für andere sind es, oder für euch vielleicht auch die Dinge wie, was mache ich nach der Schule? Mache ich eine Ausbildung? Gehe ich studieren? Mache ich eine J9? Das sind alles Entscheidungen, die euer Leben verändern. Und es ist da ganz wichtig, dass ihr euch Zeit nehmt für diese Entscheidungen. Dass ihr prüft, ist es wirklich jetzt das, was jetzt kommen soll als nächstes? Ist es der nächste Schritt? Und wenn ihr euch dafür, für euch persönlich Zeit nehmt, ist auch ganz wichtig, dass ihr Gott da mit hinein nehmt in diese Entscheidungen. Dass ihr Gott fragt im Gebet, in der Bibel. Gott spricht so viel in der Bibel. Wenn ihr die Bibel einfach mal quer, ihr müsst nicht irgendeinen bestimmten, ich habe euch jetzt nicht ein bestimmtes hier Zitat von meinem T-Shirt, ja, oder ein Vers. Wenn ihr die Bibel quer durchlest, ihr findet so viele Dinge, wo Gott zu euch sprechen kann. Oder auch auf Gottes Stimme hören, in der Stille, ja, oder im Lobpreis. Es gibt so viele Möglichkeiten. Gott spricht jeden Tag mit uns. Nur wir überhören es nur ganz oft, weil wir, ja, weil wir running sind, ja, weil wir beschäftigt sind, weil wir das gar nicht mitbekommen in unserem Trubel. Er bespricht die ganze Zeit. Und er bespricht aber auch zu jedem anders. Und das ist einfach das, dass du wirklich lernst, für dich, super, da hat es geklingelt, eine neue Nachricht da, dass du lernst, deine Entscheidungen bewusst zu treffen. Bewusst für dich selbst, aber bewusst auch Gott mit hineinzunehmen. Und ich sage dir auch was, und zwar, es wird Entscheidungen in deinem Leben geben. Da wirst du im Nachhinein sagen, das war jetzt nicht so gut oder die Entscheidung war fehlerhaft im Nachhinein. Habe ich schon ganz oft gemacht. Und das waren meistens die Entscheidungen, wo ich mit Gott freundlich gesprochen habe. Wo Beziehungen freundschaftlich, partnerschaftlich zerbrochen sind, weil ich nicht in Kontakt mit Gott war, weil ich Gott nicht gefragt habe, weil ich das nicht geprüft habe, auch für mich, aber auch mit Gott. Und wo ich dann gemerkt habe, ja, da habe ich einen Fehler gemacht. Aber so ist das. Das ist ganz normal, dass wir Fehler machen, dass wir solche Entscheidungen, dass solche Entscheidungen auch da sind, wo wir nachher Nein sagen, nee, ist nicht so. Aber es gibt ja ein super Sprichwort, und das heißt ja, aus Fehlern lernt man. Mutti, Oma, Opa, ich weiß nicht wer, in der Schule. Das werdet ihr bestimmt schon ganz oft gehört haben, aus Fehlern lernt man. Aber es ist einfach die Tatsache. Bei mir jetzt in der Ausbildung, in der Berufseinführung ist es so, es heißt auch, Herr Gösele, in der Schule, wenn sie es perfekt machen, ist es auch toll, aber es ist umso besser, wenn sie Fehler machen. Nur aus den Fehlern können sie wieder was Neues lernen. Und so ist es einfach. Es ist einfach eine Tatsache. Und was ich angesprochen habe, diese Entscheidungen zu treffen, mit Gott zu treffen, da kommt das Wort Vertrauen auf. Dass wir auf Gott vertrauen, dass er diesen Weg, den wir jetzt gehen, diese Entscheidung, die wir getroffen haben mit ihm, dass wir darauf vertrauen, voll Vertrauen auf ihn, dass er das macht, dass er das regelt. Jetzt, ich kann ja jetzt heute nicht da sein, weil wieder alles anders gekommen ist, als ich mir das geplant habe. Ich dachte eigentlich, vorgestern am Dienstag gehe ich noch ins Krankenhaus und mache einen Krankenbesuch, und jetzt lebt die Person nicht mehr. Und jetzt kann ich heute nicht da sein, weil ich heute im Rosenkranz bin. Und so ist es einfach. Jetzt kommt, ich vertraue da voll Gott drauf, du machst es, ja. Und wenn es dann nicht so ist, wie es ich haben wollte, bin ich trotzdem glücklich, weil ich sage, ja, Herr, du machst es. Ich vertraue dir, dass dieser Weg passt. Weil so ist es wie mit dieser Entscheidung auch, nach Freiburg zu gehen. Davor habe ich ja gesagt, dann zum Anfang, ja, ich arbeite fünf Jahre in dieser Arbeitsstelle. und dann kam Gott so dazwischen, hat dazwischen gekrätscht, dazwischen gefunkt und gesagt, nee, du gehst jetzt nach Freiburg, Junge. Und so kann es einfach immer wieder passieren, dass wir in unser Leben, Gott in Momenten einfährt, eintaucht, auch wenn wir es gar nicht erwarten. Dass auf einmal so dieser Plan, den wir heute gemacht haben, zack, ist er weg. Und Gott hat einen anderen Plan, dass wir diesem Weg trotzdem mitgehen. Und es ist so, das habe ich vorhin auch gesagt, diese Wege, die ich gegangen bin und die ihr bestimmt auch kennt, dass es oft so ist, wo ich denke, was willst du, Herr? Was soll ich da eigentlich? Ich fühle mich völlig falsch. Wo ich gar nicht verstehe, warum ich da bin, dass Widerstände in mir aufkommen. Oder in euch kommen Widerstände auf. Und ihr sagt, ja, was soll ich jetzt damit? Und da bitte ich euch, vertraut darauf, dass Gott es gut mit dir meint. Er will das Beste für dich, weil du sein geliebtes Kind bist. Und vertraut darauf, dass dieser Weg gut ist und gut zu Ende geht. Und dann eben auch im Nachhinein zu erkennen zu dürfen, ja, dieser Weg war genau richtig. Und vielleicht war nicht das, was ich dachte, der Weg, sondern eben das, was Gott dachte, ist der Weg. Das, was Gott will, ist der Weg. Und das zu erkennen im Nachhinein, ja, das ist die große Übung. Und was uns eben oft daran hindert, neue Wege zu gehen, ist es eben, dass wir Sicherheiten haben. Wir haben Sicherheit mit Familie, Freunde, mit Ortszugehörigkeit, mit einem Job, mit Geld, mit materiellen Dingen, die uns zurückhalten, was Neues zu beginnen. Und wir sagen, wir klammern uns so sehr an diese Sicherheiten, dass wir Angst haben, einen neuen Schritt zu wagen, rauszugehen aus unserem Trott, zu sagen, ja, ich fühle mich jetzt da zu berufen, keine Ahnung, was macht man denn heute? Landschaftsgärtner zu machen oder Gärtner oder, wenn wir schon bei der Familie Kerk hier sind, ja, und ich gehe jetzt mal nach Kirche, ich müsste es glauben, mach da die Ausbildung, ja, und ich gehe mal weg von zu Hause und lasse es mal so ein bisschen hinten anstehen, dass euer Leben auch beginnt, jeden Tag neu zu leben. Denn nur durch Neues und Veränderungen können wir lernen, weil das ist nämlich das Gegenteil von Stillstand, von Stehenbleiben, von, ja, ich mache meinen Trott und Stillstand ist so leblos. Und Veränderungen bringen immer wieder Neues in dein Leben hinein. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Das fasst eigentlich das nochmal zusammen, was ich gerade gesagt habe, ja, dass wir uns im Plan schmieden und dass es dann doch nicht so aufgeht, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich lade euch ein, es auch zuzulassen, dass ihr wirklich neue Wege in eurem Leben ausprobiert. Weil egal, was ihr macht und egal, wie es läuft, ihr könnt nicht tiefer fallen als in Gottes Hände. es gibt da keinen Boden, da ist Gott, der euch aufhängt. Und das ist wirklich Wahrheit. Und ich lade euch ein, auch auszuprobieren in eurem Leben, ja, auch mal rauszugehen, auch mal die Welt zu sehen. Denn ich weiß, Umwelt und so weiter, mittlerweile gibt es ja Blabla-Karten, ich weiß nicht, wie war das, ja, das geht ja auch, Bahn fahren, ich bin aber auch so gern Autofahrer, aber es geht dir gar nicht hin, ist gar nicht wichtig. Aber einfach auch mal rauszugehen, ja, mal was Neues auszuprobieren, neue Menschen kennenzulernen, neue Gegebenheiten, neue Begegnungen, rauszugehen aus eurem Trott, aus eurem Alltag. Und da kommt für mich bei diesem Thema auch eine ganz wichtige Bibelstelle. Und die Bibelstelle habe ich schon seit ein paar Jahren immer wieder, aber wenig, ja, und sage, ja, das ist so meins. Und es ist in der Bibel Jeremia 29,11 Denn ich, ich kenne die Gedanken, die ich für euch denke, Spruch des Herrn, Gedanken des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Gott hat einen Plan für dich. Gott will nicht, dass du, ja, irgendwo rumlungerst oder dass es dir schlecht geht. Kein Fall. Gott hat einen Plan des Heils für dich. Und wenn du auf Gott, Gottes Stimme hörst, wenn du, wo ich, versuchst, in Beziehung mit Gott zu sein, eine enge Beziehung zu Gott, unserem Vater und zu Gott, unserer Mutter, zu Jesus, so einen Heiligen Geist zu haben, ja, dann hast du ein Leben des Heils. Er hat eine gute Zukunft für dich vorbestimmt und eine Hoffnung. Und diese Hoffnung für uns ist ja Jesus Christus, ja, Jesus, der uns auferweckt. Und diese Stelle möchte ich euch einfach mitgeben, ja. Er hat Gedanken des Heils und nicht des Unheils. Er will für dich ein gutes Leben. Key Learning. Yo, ich habe da so ein bisschen was zusammengefasst. Also, jeder Tag ist ein neuer Tag, an dem dein Leben neu beginnt. Du fängst jeden Tag neu anzuleben. Hört sich komisch an, aber es ist wirklich so. Jeden Tag ist so, der alte Tag ist da, du kannst ja nicht in den alten Tag zurück, du kannst es ja nicht genauso machen wie gestern. Das geht nicht. Das hat doch nie, das kann kein Mensch. Wir können das nicht. Jeder Tag ist neu, neu leben. Jeden Tag die Möglichkeit, das, was gestern nicht lief, heute besser zu machen. Ist doch super. Gott schenkt dieses neues Leben. Er schenkt uns das jeden Tag, neu anzufangen. Neu, genau, unsere Fehler besser zu machen, ja. Die Möglichkeit, neu Menschen zu begegnen, neu zu lieben. Nehmen wir Zeit, für lebensverändernde Entscheidungen. Nehmen wir Zeit für dich persönlich. Geh da mit Gott in Beziehung, um diese Entscheidungen zu prüfen. Hör wirklich darauf, was seine Stimme zu dir sagt. Er spricht ganz persönlich zu dir. Und vertraue darauf, dass Gott es gut mit dir meint, auch wenn es dir gerade nicht so erscheint. So wie es mir dann auch ging. Und ich sagte, nee, was soll ich jetzt, ja. Diese fragende Haltung, diese zweifelnde Haltung. Wie in Petrus, ja. Also wirklich, darauf vertraut ihm. Und ihr müsst ihm aber das auch vollkommen geben. Und nicht irgendwie ihn kontrollieren oder immer wieder, hm, sondern ich, lasst es bei ihm. Gebt es ihm einfach hin und er macht es. So ist er. Yo, ich bin am Ende. Ich danke euch voll fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute Anbetung, einen schönen Lobpreis. Und, ja, ich wünsche euch einfach Gottes Segen, be blessed und euch noch ein schönes Vierteljahr. Macht's gut. Ahoj. 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 Bis zum nächsten Mal.